Hallo. Hallo, grüß dich. Abul Baraa ist dran. Geht sie gut? Hallo. Ja, danke schön. Dir auch? Alhamdulillah, alles bestens. Freust du dich auf unseren Anruf? Ja, auf jeden Fall. Alhamdulillah. Wir haben uns auch sehr, sehr gefreut, dass du deinen ganzen Mut zusammengenommen hast, was natürlich nicht leicht ist. Das verstehen wir und respektieren wir. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Und wir sind auch, ob du mir glaubst oder nicht, obwohl wir schon hunderte von Konvertierungen hatten, Alhamdulillah, wir sind immer gleichzeitig mit dir auch sehr, sehr gefühlvoll und sehr, sehr aufgeregt. Das hat mit der Sache selber zu tun. Wir verkaufen hier keine komischen Sachen, die einfach nur an den Mann gehen sollen, sondern das Teuerste, was es in dieser Welt gibt, das preisen wir den Leuten an. Alhamdulillah. Möchtest du noch, insha'Allah, mir was sagen, was dich dazu gebracht hat, den Islam anzunehmen? Ja, also ich bin halt ohne Religion aufgewachsen. Also ich bin halt Atheistin. Komplett Atheistin, also so bist du aufgewachsen? Ja, genau. Also meine Familie ist katholisch. Aber meine Mama hat mich nicht taufen lassen. Und ja, umso älter ich jetzt wurde, irgendwie habe ich immer so ein Gefühl gehabt, mir fehlt irgendetwas. Also für mich macht es auch irgendwie keinen Sinn, ein Leben zu führen ohne Religion, muss ich ehrlich sagen. Und ja, dann habe ich vor zwei Jahren eine muslimische Freundin kennengelernt. Ja. Und ja, sie hat mir halt den Islam näher gebracht. Und immer, wenn wir darüber geredet haben, ich habe mich einfach sehr, sehr wohl gefühlt. Und ich habe mich auch dann sehr, sehr viel damit beschäftigt. Und ja, jetzt fühle ich mich bereit dazu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Lara. Das freut uns. Was sich für manche Leute langweilig anhört, ist für die anderen die Glückseligkeit, ja? Ja, auf jeden Fall. Lara, dann wollen wir dich auch nicht lange beanspruchen und wir werden dann mit dir das Glaubensbekenntnis aussprechen, inshallah. Glaubst du, du schaffst das alleine oder soll ich dir zur Hilfe stehen? Mit zur Hilfe. Okay, dann machen wir das gemeinsam, inshallah. Okay. Es ist ein bisschen Arabisch, deswegen nicht verzweifeln, ja? Ja. Okay. Du hast das so toll gemacht, Lara. Das war wie eine Araberin, als ob du mit der arabischen Sprache aufgewachsen bist, mashaAllah. Dankeschön. Sehr schön, sehr schön. Dann wollen wir das auch auf Deutsch sprechen, damit du genau verinnerst, was du sagst. Ja. Ich bezeuge, Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf. Dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf. Außer Allah. Außer Allah. Und ich bezeuge, Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Dass Mohammed sein Gesandter ist. Alhamdulillah. Weg vom Atheismus hin zu Allah, dem Einzigen, der der Schöpfer von allem ist. Der der Gewaltigste ist. Und den nur einer mit Verstand anbetet und ihn erkennt. Allah hat dir diese Gnade gegeben, Lara. Deswegen danke ihm, dass er dich zu diesem Weg geleitet hat. Und wisse, er hat dich nicht dahin geleitet, außer dass er dir, inshallah, das Paradies geben möchte. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ja. Und wir stehen dir immer tatkräftig zur Seite, Lara. Wann auch immer was ist, so kannst du dich an uns gerne wenden. Und wir würden dir gerne ein Geschenk zukommen lassen, weil du sehr teuer für uns bist, sehr wertvoll für uns bist, weil wir auch das zu schätzen wissen. Und wir haben nicht viele Möglichkeiten, dir was Großartiges zu geben. Aber ich denke, das, was wir dir geben, wird eine Sache sein, die dich noch näher zu Allah bringt. Ist das in Ordnung? Ja, ich freue mich. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Lara. Dann sage ich dir, Assalamu alaikum. So begrüßen wir uns in Zukunft. Mashallah. Tawaraka Rahman. Ich denke, dass du sehr schnell die arabische Sprache lernen wirst. Du hast irgendwie ein Faible dafür. Ich hoffe, ich hoffe. Alhamdulillah. Lara hat mich sehr gefreut. War eine große Ehre für uns. Danke. Assalamu alaikum. Alaykum salam. We pray five times a day for his pleasure and bounty and his most righteous way. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah